Ich bin Monika Pieper, Sonderpädagogin und Piratin. Wir stehen hier vor dem neuen Gymnasium in Bochum, eine der modernsten Schulen Deutschlands. Seit fünf Jahren setze ich mich im Landtag dafür ein, dass alle Schülerinnen und Schüler einen guten Unterricht in einer guten Schule bekommen. Dazu gehört zum einen ausreichend Lernzeit. Deshalb wollen wir wieder das G9 für alle. Dazu gehört auch Medienkompetenz und das Pflichtfach Informatik, genauso wie Rechnen, Schreiben und Lesen. Ich möchte mich auch die nächsten fünf Jahre dafür einsetzen, dass es für alle Schülerinnen und Schüler smartgerechte Bildung gibt.